Hallo, heute geht es um die Zukunft Europas. Für uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten soll die eine soziale Zukunft sein. Wir wollen, dass alle Menschen in Europa gute Arbeitsbedingungen haben, ein gutes soziales Netzwerk haben, um nicht ins Uferlose zu fallen, falls sie mal in ihrem Job scheitern sollten. Gute Arbeitsbedingungen ist für uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in Europa elementar. Wir wollen beispielsweise einen Mindestlohn in ganz Europa durchsetzen. Was ist für Sie das Wichtige in einem sozialen Europa? Was wollen Sie verändern? Was ist für Sie für die Zukunft Europas im sozialen Bereich entscheidend?